Wenn ich an Music for Friends denke, denke ich natürlich vor allem an die beiden, ich möchte mal sagen, Ficks und Foxy der Eventmusik, an die Saschas und Saschas. Zwei unglaublich kooperative, wunderbar nette, kreative, sich aufopfernde Musikproduzenten, die tolle Bands haben. Ich selber habe mit den beiden auf der Bühne gestanden bei einem Eva Award mit ihrer Band zusammen. Ich wünsche mir wirklich aus allem Herzen, dass die beiden weiterhin so tolle Musikprojekte machen, die am Puls der Zeit sind. Genau den Nerv der Eventbranche treffen und weiterhin so nett bleiben. Alles Gute, ich freue mich, dass ihr seit 10 Jahren im Markt seid und hoffe, dass wir gemeinsam noch ganz viele wunderbare Projekte machen werden.